Oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts. Mario hat gar nicht gewöhnt. Ähm. Haben schon. Haben schon. Nein. Okay, okay. Dann jetzt mal was ganz Neues. Nein. Okay, nach Geld würde ich sagen. Ich geh auf die andere Strasseite. Da ist noch so ne Lagerhalle. Da ist aber ein anderes Team hin. Hallo, da ist ein anderes Team hin. Dreh ab. Dann nicht mehr meine Lagerhalle. Da wo du grad hin fliegst. Da ist ein anderes Team gerade. Oh fuck, ich seh's. Mein Gott. Es hat sich erledigt. Leider dort gerade angekommen. Kannst ja nicht drehen, ne? Es ist, äh, ich bin... Ich hab die zu früh gesehen. Äh, zu spät gesehen. Ich hab die so früh schon gesehen, dass... Ich hab die so früh gesehen, ich muss da jetzt landen. Ich hab, ich hab das schon wieder vergessen. So früh war das. Oh, willst du Rucksackstufe 2 haben? Na, danke. Warum flechtst du dich selber? Dachtest du, dass flecht mich? Bist du... Bist du dumm. Oh, ist ein Jeep vor uns. Ähm... Wir müssen hier weg. Müllteile waren schon Leute und ich... Not... Ich geh mal ja zu den Grenzen hin, aber... Kann ich mal abholen. Ja, lockt die Allee hin, klar. Okay, ich fahr leise. Ja, aber ich seh die... Du siehst die Leute. Es ist nur einer, der kommt zu dir so ein bisschen gerannt. Warte, der ist in dem Haus... Äh, in dem Haus vor dir. Das kleine mit dem blauen Dach. Ja. Da drin ist er. Äh, wer hat geschossen? Ich hab den ausgenockt. Das heißt, das ist noch einer. Im Haus drin oder was? Ja. Ja, genau in dem Haus, wo du jetzt gerade zu rennst. Ja, ja. Da hab ich ihn ausgenockt. Aber ich weiß nicht, wo der zweite ist. Das tötet er denn nicht. Hast du dir jetzt den Kegel gekrallt? Nein. Ach, fick dich. Okay. Okay. Ist da noch einer drin? Nein. 600 Meter eingestellt. Äh, hinter uns ist ein Motorrad. Fährt aber nicht zu uns. Wo ist es? Ist Richtung 104. Ah, hab's ganz kurz gesehen, ja. Ach, ich... Doch, es kommt so ungefähr in unsere Richtung. Aber ist noch bei den Häusern. Genau dazwischen. Äh, guck mal, zwei Loot! Ah, Mario! 15! Das wird nicht mit ausgehen. Ich weiß. Das wird verdammt. Geil ausgehen. Das kriegen wir hin. Also die Häusern... Äh, von rechts... Die wollen meine LUTE machen! Die wollen meine LUTE machen! Ich fahre nicht zum LUTE. Ah, ich glaub, die werden gleich auf uns neppen. Das wird sie einfach zu drehen. Ja. das ist mein Blut das ist mein Blut okay gleich auf die Steifen habe er ausgenommen Mario, beim Erden rufen Rauch weil der Bein ausgemacht ja ich weiß wo okay einer fand dir das tot also ja du probier was zu machen okay der war ein anderes Team ne Mario aufpassen der andere Lug ist noch nicht berührt ne ja aber müsste aufpassen ach ich sehe den anderen gut angehettet ich habe einen Baum äh um 345 kürzlich aber schnell was warst du denn ja ich bin am Armvisier noch ob irgendjemand kommt ja der ähm wer ist denn da? Der Baum, wo der andere Lot ist, ne? Da in der Nähe ist der. Die Zone ist auch ein bisschen weiter weg. Wow, die Zone! Der war direkt hinter mir. Aber wir können, wir können... Oh, warte, da kommt einer. Wo? Auf die selbe Richtung ungefähr. Er ist tot. Er war alleinstehend. Aber das war der Typ, auf den wir gezielt haben. Ich glaub schon. Links neben uns. Was ist da? Er ist aber tot, er ist tot. Der hatte gar keine Schnitte, ey. Junge! I'm on fire! This Chris is on fire! Ich hab's sogar zu Fuß. Ich lass das Motorrad da stehen. Falls du es noch schnell packen willst, ey. Ich bin... Also es lohnt's nie wieder zu dir zurück zu rennen. Nein, ich bin an dem Motorradradrad vorbeigelaufen. Ah, da ja. Das du nimmst du da drauf zu. Ah, dann nehm ich das. Ich will aber nicht so viel auf... ...merksamkeit auf mich ziehen. Das ist auch gut. Oh Gott, das ist elitiert. Okay, dann. Ich hab ihn ausgenommen. Hat der Glück, ey. Ich werd den jetzt... Find ich am liebsten, aber... Naja. Zone, ne. Okay, er ist tot. Oder noch eine Sanitäts-Tasche dann. Vor uns, vor uns, links. Westen. Bleib, bleib, bleib. So wie du bist. Schießen oder nicht schießen? Ja, gleich schießen. Ja, jetzt schießen. Fuck, er hat's überlebt. Schade. Oh, fuck. Schießen auf uns, weißt du von wo? Ne, ich lauf weiter. Von rechts, von rechts, von rechts. Fett von rechts, Fett von rechts, Fett von rechts. Bei mir deckt alles. Kannst du ungefähr sagen, wo? 120, hinterm Baum. Da, Schiss auf dich. Bei mir ist alles leckt schon wieder. Der Baum leckt ja so krass. Was? Der zieht noch da? Ja. Die Überdeckung will ich auch stehen. Oh, shit, shit. Andere Leute. Fuck, 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 fuck. Ich muss weg, ich kann nicht, ich kann nicht. Boah. Muss wieder in Deckung gehen. Die Zone kommt gleich. Ja, ich krieg da nichts mehr machen können. Fuck. Er ist tot. Du lebst noch. Fuck. Ey, ich krieg dich noch. Zehn Sekunden, da muss ich sofort beeindrucken. Ich nehme auch hier erste Sanitäts-Tasche, sonst macht es nicht weiter zu rennen. Wenn du gleich los rennst, direkt hinter dir rennt gerade einer den Hügel runter. Nein! Nein! Mann, ich hätte dich leider sterben lassen, sonst ist es super leid, das zu sagen. Jetzt, ja, dann bring dich um und krat dir die, 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 die... Geht nicht. Okay. Boah, fick dich! Da! Ficken! Sechs Kills! Mann! Äh, irgendjemand ist gerade hier... ...tick gerade aufhört, glaube ich, gesessen. Fuck. Neuan professors mit Kanal 7 oder dringencke in Klamper autonomy. Ja, papel krank. Sicht chrank, inspirier .. ...überbioriat. Sicher im Yesen kram. Ja ... Vi Atme fragst dir noch die Tr yeux. None mü haga du, größer ...